Hallo meine lieben Buddies, da sind wir wieder bei einer neuen Folge von Godus und das letzte Mal haben wir eine Plaster Card, also Plaster Card bekommen und da wollte ich mir gerade mal angucken, was das eigentlich zu sagen hat. Hier Collection haben wir schon den wilden Mann und da Plaster. Man kann es ja nicht wirklich erkennen, was da drauf ist. Full of this mixed dry powder with water to form a paste. It is hard in it to be used as a finishing material for coating a boat. Also sowas ähnliches wie Mörtel oder Lehm. Ja, Miet erklärt sich von selbst, würde ich mal fast behaupten. Hier Settlement Society Card, können wir bald freischalten. Brauchen wir noch einmal Stein und was immer das hier ist. Wir haben es noch nicht im Inventar, deswegen wissen wir auch noch nicht, was es ist. Das ist der Wildman, das ist der rothaarige, aber da steht nichts weiter dazu da. Gucken wir nochmal bei den anderen Materialien. Da haben wir aber auch noch nichts davon gehabt. Also müssen wir dann schauen, was es denn eigentlich noch benötigt, um dann das Settlement freizuschalten. Jetzt haben wir aber schon mal erfahren, wir haben Kampfarenen, in denen wir kämpfen können, um dann Ruhm und Ehre zu finden, beziehungsweise da noch andere Karten für unsere Siedlungen zu verdienen. Und wir haben unsere Hauptsiedlung, unsere Hauptinsel wahrscheinlich hier sozusagen, an der wir, oder mit der wir sozusagen unsere Siedlung vorantreiben. Timber, ja der Timberland ist hier überall. Der singt dann auch seinen neuesten Song, Godus Abodus oder so. Ja, aber wie gesagt, das ist sozusagen dann wahrscheinlich unsere Singleplayer-Hauptinsel, wo wir dann voranschreiten in immer andere, neuere Zeitalter. Wir haben ja schon gesehen, Bronze-Zeitalter gibt es dann noch. Wir werden wahrscheinlich auch noch mehr Avatare, Altare finden, auf denen wir kämpfen können. Und werden wohl noch den ein oder anderen Kampf mit Amy bestreiten müssen, um weiterzukommen. Im Monument of Gods. Ah, hier haben wir wieder was gekriegt. Stature of Speed, God-Card. Places that you to inspire your followers and all followers within will move at a faster rate. Also, schnellere Bewegung sozusagen. Haben wir die jetzt hier in unserer Sammlung drin? Ja, okay, gehört zur Collection. Wunderbar. Das heißt, das ist jetzt wahrscheinlich hier zu finden, oder? Stature of Speed. Ah ja, hier, 5000 God-Power brauchen wir dann dafür. Ist natürlich nicht allzu wenig. Aber ich denke mal, es ist machbar. So, ich terraforme hier so ein bisschen das Land. Wie ihr schon immer merkt. Um größere Häuser bauen zu können, damit wir auch schneller unsere Macht ausweiten können. Und der Wolf rennt hier auch immer zwischendurch rum. Aber den kann ich selbst nicht töten. Und die Leute greifen ihn aber auch nicht an. Was ja auch bedeuten würde, dass... Entweder ist der Wolf Futterlieferant. Er flieht vor dem Wolf... Oh, jetzt hat der Wolf ihn getötet, oder? Er ist vor dem Wolf geflohen. Das habe ich doch richtig gesehen, oder? Der Wolf hat ihn angegriffen. Aber ich kann den Wolf nicht töten. Ich kann ihm keinen Blitzschlag oder sowas verpassen. Ach, mein Glaube ist wieder alle. Ich grabe zu viel in der Landschaft rum. Also es ist schon interessant. Man muss tatsächlich auch immer weitermachen. Weil man dann ja sehen will, was kommt denn noch? Was für Karten kriegen wir? Wo führt das Ganze eigentlich noch hin? Hm. Und wie viele Follower kriegen wir denn noch? Böser Wolf. Ah, jetzt habe ich ihn vertrieben, glaube ich. Ein wenig wenigstens. Hier sind wieder fliegende Karten. Ah, noch einmal Stein. Genau, das Society Settlement. Dafür brauchen wir ja den Stein. Und dann machen wir das Loch mal einfach wieder zu. Als wäre nichts gewesen. Like a God. Yes, yes. Befolge deine Anweisung, oh großer, oh Comic-God. Gott-Comic. Aber es scheint auch so, weil ich ja vorhin gesehen habe, als die Häuschen gefüllt waren, man hat 45 Glauben bekommen, teilweise. Ähm, das über einen gewissen Zeitraum, also es dauert eine Zeit, bis man es wieder sammeln kann. Aber es dauert auch einen ganz kleinen Zeitraum, dass es sich noch ein bisschen weiter auffüllt. Also wenn man es sammeln kann, sind es 20. Oder es ist abhängig von den Leuten, wie viele in der Hütte drin sind. Das kann natürlich auch sein. Bin ich mir jetzt nicht so sicher. Das scheint unterschiedlich zu sein. Kann ich jetzt noch nichts wirklich dazu sagen, musste ich noch ein bisschen Spielerfahrung wahrscheinlich sammeln. Ja, was so ein bisschen fehlt, finde ich, ist noch so eine kleine Hintergrundmusik. Oder so Wellenrauschen vom Meer oder irgend sowas. Ein bisschen Atmosphäre fehlt noch. Das mit diesen Musik-Dicken-Clips, das ist schon ganz lustig immer. Und diesem Einsammeln, dieses Boom, Boom, Boom. Da liegt einer vor der Hütte. Ich hoffe, der krepelt nicht ab. Shelter ist voll. Gut, wir haben anscheinend noch keine leerstehenden Wohnungen. Das ist schon mal gut. Keine Obdachlosen hier, wie bei SimCity. So ziehe er denn aus, um zu lernen, das fürchten vor der Wildnis. Na, hier komme ich nicht mehr ran. Aber hier komme ich noch ran. Wir wollen ja so große Hütten wie möglich bauen. Das hier ist das der Rothaarige gewesen mit seiner Hütte. Das wollte ich gar nicht. Das hier ist das der Rothaarige gewesen mit seiner Hütte. Oder? Schade, dass man nicht erkennen kann, wo der Rothaarige Krieger eingezogen ist. Das unterscheidet sich ja nicht wirklich von den anderen Hütten. Also wenn man verhindern möchte, dass sie irgendwo was bauen, kann man auch einfach mal so einen Klick reinmachen in die kleinere Hütte. Dass sie erst mal die größeren Hütten beziehen. Und dann die kleineren vielleicht bauen. Oder dass man dann noch die Möglichkeit hat, eben das Land ein bisschen auszubauen. Machen wir mal so kleine Löcher rein, wo die kleinen Hütten nicht hinbauen sollen. Ach, ich habe nicht mehr genug Gott-Power. Oh mein Gott. Gib Gott, gib mir Gott-Power. Ich bin ein Gott-Power-Ranger. So. Ich muss ein bisschen Landschaft terraformen, Leute. Ich brauche euren Glauben. Denkt ihr, so ein Berg bewegt sich von alleine? Denkt ihr, das ist Geografie? Die Plattenverschiebung und so ein Scheiß. Ach, Quatsch. Das ist alles Gott. Das bin ich. Ich mache das. Aber da würde man nicht schlecht gucken, glaube ich, wenn dann plötzlich vor einem so ein Felsen sich auftut. Oder das Meer, wie bei Moses. Bei Ostmoses. So, da weg. Da. So, da haben wir jetzt auch wirklich nur die Bauplätze für die etwas größeren Hütten. Und die kleineren. Oh, guck mal hier. Das Haus kriegt direkt einen Pool vorne dran. Oh, hier. Der sieht aus, als würde er gleich sterben. Ab und zu müssen wir auch mal jemanden heilen. Müssen wir auch mal so ein Wunder bewirken. Sonst glaubt ja dann keiner mehr an uns. Yo. Mach ich. Alter. Ja, wie gesagt, ich denke mal, es wird auch nicht nur solche Zweierhütten geben, sondern wenn wir dann noch eine Epoche aufsteigen, gehe ich mal fast davon aus, dass man sogar so eine Dreierhütte eventuell, oder später auch mal eine Viererhütte, man weiß auch nicht, was für Updates eventuell geplant sind für das ganze Spiel. Man kann ja so einiges machen. Man kann ja auch dann richtig krass in den Zeitaltern springen, wenn man das möchte. Aber momentan geht es eher so ums Bevölkern und ums Glaubensammeln. Das ist so jetzt gerade momentan noch die Hauptaufgabe. Ich denke mal, das ändert sich dann auch im Laufe des Spiels, wenn wir dann immer weiter voranschreiten. Ich glaube nicht, dass wir noch auf einen anderen Stamm treffen werden, in diesem Hauptmenü-Spiel, Haupt-Game, Singleplayer-Game. Dass wir dann nur die Möglichkeiten haben, eben gegen andere Spiele in diesem Gott-Tempel zu kämpfen und uns da hochzuarbeiten. Das denke ich mal eher. So, 40, 40, 41. Hier ist wieder einer gestorben. 40. Die werfen auf jeden Fall 40. Aber es hängt wahrscheinlich doch wirklich davon ab, wie viele Leute in so einer Hütte drin sind. Es ist natürlich auch schön, dass man ab und zu solche verschütteten Monumente findet, die man wieder herstellen kann. Wir müssen nur daran denken, dass wir da, wo wir diese kleinen Gruben gegraben haben, die auch wieder weg machen. Damit wir dann später mehr Hütten hinbauen können. Weil es geht ja wirklich dann auch da drum, den Platz so gut wie möglich zu nutzen. Na, nicht weg. Ich will jetzt wieder hin. Ich will doch weiter nach da. Na, trotzdem nur Platz für zwei Einer. Ach so, was... Mudbrick Lodges. Holz haben wir doch genug, oder? Plaster... Haben wir nur eins? Und was ist das denn? Kenn ich nicht. Da sind noch Ressourcen, die wir wahrscheinlich noch freischalten müssen. Ha! Preiset euren Gott, er macht euch Platz für Hütten, und, äh... damit ihr Dächer über dem Kopf habt, und er eine große himmlische Armee aufstellen kann. Ah, nein. Wollte ich doch gar nicht. So, jetzt haben wir hier, aber, denke ich mal, den Platz relativ gut genutzt. Ah, schreit doch nicht immer so. Euer Gott schreit auch nicht ständig. Wäre auch schlimm. Hast du mal so Gott im Ohr, der dann macht. Ah! Stell dir mal vor, Arbeit ist gerade konzentriert, ne? Oder Schule sitzt du. Schreibst gerade Klassenarbeit, und dann wieder mal der Schrei vom Gott. Ah! Zucken doch alle zusammen. Hast gleich mal so einen Strich über deine Arbeit. Kannst gleich nochmal von vorne anfangen. Bam, bam, bam. Können wir glatt ein Lied draus kombinieren. Dö, 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 dö. Ach ne, das gibt's schon, glaube ich. Hier bei der Hütte lasse ich mal den Pool, der sieht richtig klasse aus. Das wäre natürlich cool, wenn man auch so ein bisschen mit Wasser arbeiten könnte, dann. In der Landschaft hier. Sucht euch mal ein paar neue Hütten, ihr Raudis. Guckt mal, was ich euch hier für Platz geschaffen habe. Boah, hier, guckt mal. Mehr Platz für euer Wohlbefinden. Ach, wie schnell sie Pflücke werden. Sie werden hier so schnell erwachsen. Und hier unten scheint sich noch eine Kiste zu befinden, an die ich gern ran möchte. Was sich wieder mal nicht so einfach gestaltet. Jetzt lass mich da unten leben. Fluch, die Kisten. Ah, ist wieder einer gestorben. Schrei mir doch nicht ins Ohr. Meine Güte, Junge. Stirb leise. Neuer Film mit Bruce Willis. Stirb leise. Da, da, da. Kann man auch Stop Step machen. Hier. Nein. Wäre bestimmt eine Herausforderung für jemanden, der solche Musikvideos macht. Ich kann da leider nicht so gut kombinieren. Ah, nein, nicht drüber. Haha, jetzt. Clay. Ah, Lehm. Und dann brauchen wir noch drei von diesen komischen da. Werden wir uns vielleicht wieder ins Kampfgetümmel stürzen müssen, eventuell. Um dann die anderen zu bekommen. Aber, äh, ich würde sagen, wir gucken mal, ob wir Erfolg haben beim Kämpfen beim nächsten Let's Play. Also, meine lieben Buddies, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.